Servus liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Hukoburg. Ich bin der Andi Schuster, Mountainbike-Profi und Fahrrad-Experte. Wenn du viel und gerne Fahrrad fährst, aber immer wieder Probleme mit zum Beispiel kribbelnden oder eingeschlafenen Handgelenken hast, während des Gesäß, Schmerz oder der Rücken, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Ich möchte dir alles zum Thema Ergonomie beim Fahrradfahren erklären und dir zeigen, wie du dein Fahrrad optimal auf deinen Körperbau einstellst, damit du diese Schmerzen bzw. Probleme vermeiden kannst und auch möglichst effizient und effektiv mit deinem Fahrrad unterwegs bist. Ich wünsche dir schon mal ganz viel Spaß mit dem Video. Eines vorweg, in diesem Video soll es hauptsächlich um den Alltagsradfahrer gehen, sprich den City-Tourn- oder Tracking-Fahrer, da es sonst den Rahmen sprengen würde. Im ersten Teil schauen wir uns mal den Begriff Ergonomie ganz kurz an und dann gehen wir gleich über zum Thema Sattel und dann zum Thema Cockpit, hauptsächlich mit den Griffen, was ihr da ganz konkret machen könnt, damit ihr solche Schmerzen bzw. Probleme vermeiden könnt. Was bedeutet der Griff Ergonomie aufs Fahrradfahren bezogen eigentlich? Der sagt aus, dass das Fahrrad optimal auf dich eingestellt sein soll und natürlich nicht umgekehrt. Und es ist so, trau dich ruhig, selbst Hand anzulegen. Die Einstellungen, die wir jetzt gleich vornehmen werden, die sind jetzt wirklich nicht so dramatisch. Also trau dich da wirklich ruhig dran. Wer das professionell machen lassen möchte, den sei der Begriff Bikefitting ans Herz gelegt. Das ist die professionelle Einstellung deines Fahrrades, zum Beispiel durch einen Fahrradhändler oder Geschäfte, die sich darauf spezialisiert haben. Herzstück deines Fahrrades ist natürlich der Rahmen. Beachte bitte, dass, wenn du Einstellungen jetzt selber vornimmst mit meinen Tipps, dass die Rahmengröße zu dir passen muss. Und wenn du unsicher bist, zum Beispiel auch bei einem Neukauf, als kleiner Tipp. Die meisten Fahrradhersteller bieten sogenannte Online-Rechner an, mit denen du deine Fahrradgröße bzw. die Rahmengröße bestimmen kannst. Dazu musst du in der Regel Körpergröße, Beinlänge und Armlänge eingeben. Und dann spuckt dir dieser Online-Rechner sozusagen die passende Fahrradgröße aus. Und das wäre jetzt natürlich schon wichtig, dass dein Fahrrad bzw. die Rahmengröße zu dir passt. Wenn du Probleme beim Sitzen hast, solltest du zuerst einmal deinen Sattel perfekt einstellen bzw. positionieren und nicht gleich einen neuen Sattel kaufen. Weil vielleicht liegt es, wie gesagt, eben nur an der Position. Und wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Welche Möglichkeiten gibt es zum Einstellen des Sattels? Zum einen die Sattelhöhe, dann den Winkel des Sattels kann man verstellen und den Versatz des Sattels. Das heißt, wie weit kann ich den nach vorne und nach hinten schieben. Im ersten Schritt stellst du die richtige Sattelhöhe ein. Dazu sitzt du dich einfach auf dein Rad. Du kannst es auch an einer Wand anlehnen, hier am Lenker zum Beispiel, und stellst die Ferse aufs Pedal und drückst jetzt die Kurbel maximal weit runter, dass sie quasi senkrecht steht. Das ist die sogenannte Fersenmethode. Und hierbei sollte jetzt das Bein komplett durchgestreckt sein. Du siehst, bei mir ist jetzt hier noch ein Winkel in Unter- und Oberschenkel. Das heißt, ich muss die Sattelklemme lösen bzw. einen Schnellspanner öffnen und die Sattelstütze etwas höher stellen. Okay, dann machen wir noch mal die Probe. Okay, das schaut jetzt ideal aus. Also entweder das Bein komplett durchstrecken. Wenn noch ein ganz leichter Winkel ist, ist das auch okay. Somit habt ihr hier die Sitzhöhe richtig eingestellt. Im zweiten Schritt stellen wir den Winkel des Sattels ein. Dazu legt sie euch einfach hier vorne auf den Sattel, ein Stück Karton, kann auch ein Bierdeckel oder so sein. Und dann stellen wir diesen Bereich ungefähr waagerecht ein. Das könnt ihr wie gesagt mit einer Wasserwaage machen oder es gibt mittlerweile auch ganz praktische Apps fürs Handy. Und ihr seht es jetzt hier bei mir, ist der Sattel etwas zu weit nach vorne geneigt. Das heißt, wir öffnen mit dem entsprechenden Werkzeug hier die Schraube zum Verstellen des Winkels und des Versatzes. Und jetzt drehe ich den Sattel so weit nach hinten, bis dieser Bereich eben waagerecht ist. Und ihr könnt jetzt die Sattel, also die Klemme bzw. die Schraube wieder leicht zumachen. Im dritten und letzten Schritt stellen wir zur optimalen Kraftübertragung den Sattelversatz mithilfe der Knieloopmethode richtig ein. Ihr hört es schon vom Namen heraus, ihr braucht hierzu ein Load. Das könnt ihr euch selber basteln, also mit einer Schnur und unten einem Gewicht dran. Setzt euch anschließend wieder auf das Bike. Ihr könnt das Bike dann wieder an eine Wand lehnen oder so wie jetzt hier bei mir einfach euch abstützen. Und jetzt ist ganz wichtig, dass ihr die Kurbeln in eine waagerechte Position bringt und den Fuß, mit dem ihr messt, der muss vorne sein. Es ist auch noch wichtig darauf zu achten, dass der Fußball genau auf dem Pedal drauf ist. Und jetzt legt ihr hier dieses Load unterhalb der Kniescheibe an das Schienbein an. Und ihr seht schon, bei mir setzt das Load etwas zu weit hinten. Das heißt, ich muss den Sattel etwas weiter nach vorne schieben. Zur Verstellung des Sattelversatzes öffnet ihr wieder die Schraube der Klemmung des Sattels. Und es gibt hier übrigens ganz unterschiedliche Systeme. Also achtet bitte einfach darauf, welches System ihr habt. Wir öffnen die Schraube. Deswegen haben wir die vorhin auch nur leicht angezogen. Und jetzt schieben wir den Sattel ungefähr in der Länge nach vorne, um so groß wie die Differenz ungefähr war zwischen Load und Pedalachse. Bei mir war es jetzt ungefähr ein bisschen über einem Zentimeter. Achtet bitte auch darauf, dass der Winkel sich nicht mehr ändert, sonst müssten wir den nochmal neu einstellen. Und nachdem ihr diesen Versatz eingestellt habt, schließt ihr die Schraube wieder. Ein wichtiger Hinweis noch, ihr habt hier beim Sattel eine Skala und ihr solltet bei der Klemmung innerhalb dieser Skala bleiben. Genau und dies in der Regel hier auf dem Gestell aufgedruckt. Okay, wunderbar. Das schaut jetzt ziemlich optimal aus. Das heißt, das Load fällt unterhalb der Kniescheibe vom Schienbein aus ziemlich genau durch die Pedalachse. Dann sind wir im Endeffekt fertig mit der Einstellung der Sattelposition. Denkt bitte daran, nochmal alle Schrauben ordentlich festzuziehen. Und dann sind wir mit der Einstellung vom Sattel eigentlich soweit fertig. Wenn ihr euren Sattel perfekt eingestellt habt, aber ab und zu oder regelmäßig immer noch Probleme oder Schmerzen habt, vor allem im Schambereich, dann kann man wirklich über Neukauf nachdenken. Und es ist tatsächlich so, dass ganz oft der Sattel falsch ausgewählt wird. Aus optischen Gründen nimmt man oft eher ein schmales Modell. Und was man genau beachten muss, das möchte ich euch jetzt zeigen. Und bevor wir uns die Modelle anschauen, möchte ich dir kurz zeigen, warum es überhaupt zu Problemen beim Sitzen kommen kann. Grundsätzlich ist es so, dass der wichtigste oder einer der wichtigsten Faktoren der Abstand der Sitzknochen ist. Als Faustregel gilt, der Sattel sollte mindestens so breit sein, wie der Sitzknochenabstand ist. Und wenn wir uns jetzt das hier mal anschauen, bei diesem Sattelmodell, da liegen die Sitzknochen hier wirklich schön auf der Sitzfläche drauf. Und falls der Sattel zu klein sein oder zu schmal sein sollte, dann drückt er eben hier vorne in die Weichteile bzw. in den Schambereich. Und das kann dann zu diesem typischen Problem führen, wie zum Beispiel Taubheitsgefühl, Druckschmerzen usw. Also da gibt es ganz unterschiedliche Symptome. Aber einfach mal einfach erklärt, warum man hier überhaupt Probleme hat. Auf welche Punkte ist jetzt also zu achten, damit dein Becken zum Sattel passt? Also wie gesagt, der Sitzknochenabstand muss zum Sattelmodell passen und die Sitzknochen sollten eben auch vollflächig auf der Sitzfläche des Sattels aufliegen. Der Sattel sollte allerdings auch nicht zu breit sein, weil sonst die Oberschenkel seitlich hier an den Flügeln bzw. an den äußeren Bereichen der Sitzfläche oder auch hier bei der Nase reiben können. Und ganz wichtig ist auch noch der Entlastungskanal bzw. die Entlastungszone. Und die ist bei Frauen- und Männersätteln etwas unterschiedlich. Und warum das so ist, schauen wir uns jetzt noch kurz an. Es ist wirklich sehr sinnvoll, dass es unterschiedliche Modelle für Frau und Mann gibt. Warum ist das eigentlich so? Dazu schauen wir uns ganz kurz die Anatomie des Beckens an und was sind die Unterschiede zwischen Frau und Mann. Bei Frauen ist der Abstand der Sitzknochen in der Regel etwas breiter als bei Männern. Und es ist so, dass das Becken bei Frauen etwas flexibler ist und oft knickt es etwas nach vorne. Was passiert? Ihr seht es schon. Hier kann der Scham bzw. Intimbereich leichter eingedrückt werden. Deswegen haben Frauen tatsächlich auch öfter Probleme im Schambereich beim Sitzen auf dem Rad. Und deswegen ist die Entlastungszone bei Frauen in der Regel weiter vorne. Bei Männern ist es so, dass die aufrechter auf dem Sattel sitzen und dann haben sie eher einen Druck auf dem Dammbereich. Deswegen ist die Entlastungszone bei Männern etwas weiter hinten. Wie kannst du deinen Sitzknachenabstand denn jetzt eigentlich messen? Dazu gibt es eine ganz einfache Methode. Am besten nimmst du ein Stück weichen Pappkarton oder ähnliches, wo man sich gut eindrücken kann. Das legst du dir auf den Stuhl, setzt sich drauf und dann kannst du die Vertiefungen, also die tiefsten Punkte der Vertiefung messen. Und den Abstand, den du da gemessen hast, das ist dein Sitzknachenabstand. In meinem Fall sind es jetzt 12,3 cm und mit diesen Angaben, sprich dem Sitzknachenabstand, der Angabe Frau oder Mann und des Einsatzbereiches, sprich Mountainbike oder Tracking oder Rennrad, genau mit diesen drei Angaben kannst du dir ein passendes Modell auswählen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Mountainbike-Sattel betrachte, da sehe ich jetzt sofort, okay, das ist ein Männer-Modell, sprich bei dem ist jetzt die Entlastungszone dann auch etwas weiter hinten. Der ist passend für einen Sitzknachenabstand von 12 bis 16 cm. Da falle ich jetzt quasi rein und es ist ein Mountainbike- beziehungsweise Mountainbike-Touring-Sattel. Also der wäre ideal für Mountainbike. Stöße, Vibrationen und Schläge schaden nicht nur dem Material, sondern natürlich auch dem Körper. Also falls du jetzt immer noch Probleme beim Sitzen haben solltest, aber beispielsweise öfter auch mal über Unebenheiten fährst, Kopfsteinpflaster, irgendwo wo du Schläge abbekommst, dann hätte ich noch einen Spezialtipp für dich, nämlich eine gefederte Sattelstütze. Da gibt es unterschiedliche Varianten, Teleskopstützen oder wie in diesem Fall eine Parallelogrammstütze. Die macht natürlich hauptsächlich oder eigentlich nur Sinn in Verbindung mit dem Hardtail, sprich mit einem ungefederten Bike, aber das könnte noch eine sehr sinnvolle Ergänzung für dich sein. Ja, wenn ihr eure gefederte Sattelstütze montiert habt, dann müsst ihr in der Regel die Einstellungen, die wir gerade gemacht haben, natürlich noch einmal vornehmen, aber ihr wisst ja jetzt wie es geht. Also viel Spaß! Weiter geht's mit der Einstellung des Cockpits. Wir schauen uns dabei hauptsächlich die Griffe an, werden aber natürlich auch kurz auf Lenker und Vorbau eingehen. Ja, wenn ihr euer Cockpit ergonomisch einstellen wollt, dann sollte man sich in der Regel zuerst den Lenker anschauen, dann die Griffe einstellen bzw. ändern und zum Schluss kann man auch noch am Vorbau Hand anlegen, falls es da Probleme geben sollte. Wenn du dir mal deine natürliche Haltung der Hände anschaust, dann wirst du leicht feststellen, also wenn du die Arme bzw. Hände runterhängen lässt, dass die Hände leicht angewinkelt sind und genau so wollen die im Endeffekt auch auf dem Lenker liegen, nämlich natürlich und angenehm. Deswegen gibt es vor allem mit ganz alten Lenkermodellen Probleme, die stockgerade sind. Fast alle neueren Modelle sind in der Regel ergonomisch gebogen und bieten eben auch eine Biegung nach hinten. Wie sollte die optimale Oberkörperposition beim Fahrradfahren ausschauen? Ich möchte dir jetzt quasi zeigen, wie es beim Tourenfahrer aussieht und es gibt natürlich auch noch Mountainbiker, Rennradfahrer und so weiter, aber die interessieren uns jetzt weniger. Es ist so, dass beim Tourenfahrrad der Winkel, wenn ihr seitlich auf dem Fahrrad drauf schaut, zwischen Oberarm und Oberkörper ca. zwischen 70 bis 90 Grad liegen sollte. Wenn ihr jetzt ganz sportlich Fahrrad oder ein Rennrad habt und so weiter, dann greift man in der Regel auch weiter vorne bzw. man ist gestreckter und dann wird dieser Winkel natürlich größer. Auf dem Cityrad oder Hollandrad ist man aufrechter, das heißt dieser Winkel wird hier kleiner, aber für euch zur Orientierung zwischen 70 bis 90 Grad wäre ideal. Wenn du deine Oberkörperposition richtig eingestellt hast, dann sollte dein Rücken auch in eine natürliche S-Form kommen, sprich Bauch und Rückenmuskulatur sind dann leicht angespannt und das wäre ideal für das normale Fahrradfahren. Wenn die Oberkörperposition bei dir nicht passen sollte, dann kannst du versuchen mit einem passenden Lenker und unterschiedlichen Vorbauten eine ideale Position zu erreichen. Die Wahl des richtigen Lenkers ist tatsächlich sehr subjektiv. Ich möchte da jetzt auch an der Stelle gar nicht so weit darauf eingehen. Wichtig für euch ist nur zu wissen, dass der Lenker unterschiedliche Merkmale bieten kann, sprich wie hoch er gebaut ist, die Erhöhung, die Biegung nach hinten, die Biegung nach oben und nach unten und wichtig sind auch die unterschiedlichen Klemmdurchmesser und die Breiten des Lenkers. Da müsst ihr euch wirklich selber erkundigen, was da gut zu euch passt und falls ihr wie gesagt zum Beispiel jetzt zu gestreckt auf dem Rad seid, dann könnt ihr auch mit kürzeren Vorbauten gegenarbeiten, sprich dass ihr aufrechter sitzt. Wenn ihr merkt, dass ihr vorne zu weit nach unten gebeugt seid, dann gibt es solche erhöhten Vorbauten und auch das ist sehr subjektiv. Da könnt ihr euch wirklich selber im Fahrradgeschäft erkundigen oder lasst euch da mal beraten. Es gibt auch verstellbare Vorbauten, bei denen man sozusagen die Länge und gleichzeitig die Höhe variieren kann. Also ganz unterschiedliche Möglichkeiten, eine optimale Sitzposition zu erreichen. Das würde aber jetzt auch den Rahmen sprengen, da sehr detailliert darauf einzugehen. Da müsst ihr euch bitte wirklich selber erkundigen. Kommen wir zu den Griffen. Warum ist die Auswahl des richtigen Griffes für dich so wichtig? Das Handgelenk selber ist sehr kompliziert, sehr komplex. Es laufen wirklich viele Nerven durch und viele Leute winkeln die Hände bzw. Handgelenke falsch ab und ihr müsst euch überlegen, beim Fahrradfahren selber lastet eben sehr viel Gewicht auf den Handgelenken und was die häufigsten Schmerzursachen sind, schauen wir uns jetzt an. Wenn bei dir der kleine oder der Ringfinger öfter mal kribbelt oder du Schmerzen in diesem Bereich hast, dann ist vermutlich der Ulnarnerv bei dir eingeklemmt oder wird komprimiert. Was passiert? Das ist häufig der Fall, wenn zu viel Gewicht auf dem äußeren Handballen lastet und dann wird eben dieser Bereich eingeklemmt und ihr habt hier zu viel Druck. Falls dein Daumen, Zeigefinger oder Mittelfinger sich taub anfühlen oder schmerzen, dann kann es sein, dass der Mediannerv eingeklemmt ist. Das passiert auch, wenn die Hand zu oft oder zu stark abgeknickt ist und das ist jetzt so, dass sich Mediannerv und Karpaltunnel gegenseitig beeinflussen. Sprich, wenn der Mediannerv eingeklemmt ist und der Karpaltunnel auch schon angeschwollen ist, dann kann das das Ganze verstärken, also die beeinflussen sich gegenseitig. Falls sich deine Hände dauerhaft taub anfühlen, also nicht nur tagsüber oder während des Fahrens, sondern auch nachts, dann kann es sein, dass du das sogenannte Karpaltunnelsyndrom hast. Das entsteht dann, wenn du deine Handgelenke beim Fahrradfahren öfter oder dauerhaft abknickst. Das Gewebe im Karpaltunnel kann dann anschwillen und dann können diese Probleme entstehen. Falls du Nackenprobleme hast, die bis in die Arme und auch sogar Hände ausstrahlen, dann kann es sein, dass du das sogenannte Halswirbelsäulensyndrom hast. Es ist so, dass die Rückenmarksnerven über die Halswirbelsäule sozusagen auch die Arme und die Hände beeinflussen können und das passiert dann, wenn du zu gestreckt auf dem Rad drauf bist und du den Natten zu stark oder zu stark nach oben führst, dann können die Nerven eingeklemmt werden. Was kann man tun? Wichtig ist dann eine aufrechtere Sitzposition, dass du auch weiter nach hinten kommst bzw. dass dieser Knick aus dem Nacken rausgenommen wird. Das kann entweder passieren durch einen kürzeren oder höheren Vorbau oder durch einen Lenker, der stärker nach hinten abgeknickt ist bzw. eine stärkere Biegung nach hinten hat. Welches Griffmodell solltest du nun wählen, damit du solchen Problemen vorbeugen kannst? Eines vorweg, es gibt ergonomische Griffe wirklich für alle verschiedenen Fahrrad-Einsatzbereiche. Ich habe jetzt hier welche für Mountainbiker dabei. Ihr seht, die haben jetzt keine Flügel oder Abstütze oder Abstützfunktionen, aber die sind trotzdem ergonomisch geformt, haben unterschiedliche Zonen und Dämpfungsbereiche und selbst Mountainbiker können quasi die sehr dynamisch greifen. Also man sitzt auch wirklich in unterschiedlichen Positionen dann auf dem Radl oder steht. Für die gibt es auch ergonomische Griffe. Für den Alltagsradfahrer und ich habe ja gesagt, um die geht es ja in dem Video. Hauptsächlich würde ich aber solche Flügelgriffe empfehlen. Die haben hier im äußeren Bereich eine Stützfläche. Das heißt, der ganze Druck eurer Handflächen verteilt sich auch auf diese äußeren Bereiche und die können wirklich solche Probleme helfen zu verhindern. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auch noch öfter umgreifen möchtet, das heißt auch ein bisschen dynamischer fahren möchtet oder auch öfter mal bergauf Passagen fahrt, dann gibt es solche Flügelgriffe auch mit kleineren Barends bzw. auch mit unterschiedlichen Barendlängen und die sind wirklich dann sehr empfehlenswert. Eine letzte Sache, die ich euch noch zeigen möchte, sind Griffe, die das Beste aus beiden Welten eigentlich verbinden. Das sind im Endeffekt Griffe mit kleinen Flügeln außen. Das heißt, das sind jetzt Modelle, die man noch sehr sportlich fahren kann, aber die die Handgelenke trotzdem gut unterstützen. Und wer jetzt sagt, er ist wirklich sportlich unterwegs, möchte aber auch ein bisschen eine Stützfunktion, für den sind solche Modelle sehr zu empfehlen. Zu guter Letzt möchte ich dir noch einen abschließenden Tipp an die Hand geben. Spaß beiseite, es geht um die Handschuhe. Die sind wirklich sehr zu empfehlen, wenn ihr zum Beispiel auch mal stärker schwitzt. Also ich ziehe die persönlich im Sommer, wenn ich auf dem Bike unterwegs bin, sehr gerne an. Es gibt Modelle mit unterschiedlichen Polsterungen und unterschiedlichsten Ausführungen. Das ist wirklich ein sehr subjektives Thema. Ihr müsst einfach mal im Fahrradgeschäft ausprobieren, was da am besten zu euch passt. Ich hoffe, ich habe dir mit diesem Video wertvolle Tipps zum Thema Ergonomie beim Fahrradfahren geben können. Man kann auch sehr viel intensiver in das ganze Thema einsteigen. Ich wollte dir jetzt mal einen groben Überblick zu den wichtigsten Sachen geben und ich hoffe sehr, dass dir das Video gefallen hat. Wenn du noch irgendwelche Fragen haben solltest, kannst du die sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich dir und euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi. Bis zum nächsten Mal.